Moin Lotte! Herzlich Willkommen zu einem neuen Folge von GDR für Wunderland. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Nein, ich bin es zu mir leid. Mit Maudano, der mich niedergemäht hat. Dankeschön, dass du mir diese Schmach noch mal direkt ins Gesicht drückst. Und German Let's Play. Nein, einen Anfall. Ja, den hab ich aber mega. Darf ich jetzt auch einmal? Ja. Einmal. Nö. Tschüss. Boah, Alter war das. Knapp. Opfer. Mein Damen und Herren, in der Vergangenheit hab ich mir zahlreiche wunderschöne Autos gekauft. Doch euer Porsche Piedissel, der hat euch in letzter Zeit im Stich gelassen. Dementsprechend gibt's heute ein richtig leckeres Auto. Aber warte. Hier kann er mich, glaub ich, nicht treffen, oder? Nö. Ha. Opfer. Boah, Alter. Was ist denn hier los? Hi, Jungs. Oh, ich brenne. Hallo. Ich geh lieber schnell rein. Hallo, löschen. Danke. So, und zwar hab ich mir hier ein ganz leckeres Auto ausgesucht. Das ist... Warte. 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 Das ist wieder ein Pfister. Das sind immer die Porsche-Dinger hier. Und zwar, der kostet, glaub ich, irgendwie so zwischen 500 und 100 und 1 Million Euro. Da ist er! Der Pfister 811. Ja, ich nehm ihn erstmal in Orange und dann färben wir den noch um. Sag mal, kannst du mal weggehen? Ist da was in der Nase? Und im Ohr. Oh, ja, ach ey. Junge, wer ist dahinter mir? Kevin Costner, Alter? Hallo. Oh. Geh weg, Mann. Ich seh gerade. Jetzt ist es geschlossen. Das war eben schon... Ey, verzieh dich. Sag mal, geh mal weg hier, Mann, Alter. Was soll denn das? Hallo. Wer bist du denn? Rainer. Ja, Rehm. Und was willst du hier, Alter? Hä? Ich bin doch dein Fan. Hey, guck mal, was ich da habe. Ja. Ja. Ich wirst du nie Porsche Pedizzle sein. Was? Wieso denn nicht? Nee. Warte, ich muss hier kurz... Ich bin hier rausgeskippt. Ja, erzähl. Porsche 918. Du bist für mich zum Schneckchen Pedizzle. Nee. Doch. Ich werde hier ein Bild einblenden. Der 918. Der ist auch, glaube ich, teilelektrisch. Das war einer der ersten, der ist... Wann ist der rausgekommen? 2013 sogar schon, oder? Ja, irgendwie so. Ja, ja. Ja, aber der ist auch arschteuer. Warte, wie heißt der? Wie heißt der? Der Porsche 918. Sag mal, was willst du denn? Ich will mich mit dir anfangen. Guck mal! Der heißt doch nicht. Guck mal, ich bin mit... Ich bin verloren befreundet. Hallo? Ja, jetzt schieb ich doch noch nicht raus. Ich habe hier Sterne. Das war der Böse mit Maske. Komm, schieß ihn da raus. Ja, töd ihn. Oh, kommst du hin. Alter! Hilfe! Ja, wir müssen weg, Alter. Ich habe viel zu viele Sterne. Oh nein. Er ist tot. Schlafen gegangen. Ja. Ja, aber der heißt doch nicht in dem Spiel Porsche. Nein, nein. Hier drin ist ja der Fiesta. 811. Der Fiesta? Fiesta. Ding, ich gucke, ob ich den habe. Na ja, haben wir wieder einen Reifen verloren? Jetzt sind wir so unfassbar langsam. Warte, wir beschleunigen, wir beschleunigen. Der hat eine insane Endgeschwindigkeit des Autos. Ja, das glaube ich auch. Wir werden nur langsam los. Da, es ist da. Umdrehen. Okay, umdrehen. Genau, einmal rum. Und dann nach links. Links, links! Ja, warte, nach der... Ja, aber jetzt fahren wir jetzt vorbei. Hier, warte, warte, wir fahren einmal im Kreis. Wir müssen uns ja nicht verkehren. Genau, da siehst du ihn schon. Oh ja, deine orange. Schicke Farbe. Ja, danke, danke. Muss aber vielleicht nochmal überarbeitet werden. Genau. Und zum Teil ist auch dem Königseck nach Empfehl. Irgendwas gar nicht. Das Königseck. Das Eides Königs. Ja, ja. Wow! Oh, Gottes Willen. Hallo, ich habe einen gepanzerten Wagen. Ja, sehr gut. Oh ja, der ist lecker. So ein schönes Cabriomauto. Oh Gott! Wir beide Sonnenuntergang. Dich bekomme ich noch. Nee, das schaffst du nicht. Ich bin zu schnell. Na, Kurvenlage ist noch nicht. Aua! Wo fange ich hier mein Gepäck rein? Äh, Gepäck vorne. Au! Echt? Ja. Ja. Ah, weil hinten der Motor ist es vorne. Ah, ich verstehe es. Ja, ja, genau, genau. Das ist doch bei so einem Porsche. Ist das so? Oh, nein, du bist falsch. Ja, ja, du bist auch falsch. Nee. Im Kopf. Warte, ich teste mal kurz das Auto. Sag mal, jetzt hör doch mal auf, das ist doch so schwer. Habe ich ihn gerade weggeworfen? Sag mal jetzt. Nee, nein, du tunst dir nichts. Warte, 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 warte. Du tunst dir nichts. Ey, geh weg, Alter, Mann! Oh Gott, Alter, ich bin durch. Alter, mach auf! Wollt doch meine Rente. Nein, ich geh auch rein, ich geh auch rein. Ein super Sportwagen. Seht ihr das, Leute? Super Sport. So, ich glaube, ich werde aber da, die Farbe passt nicht. Oh, sorry. Da muss einfach was Geileres her. Das Orange, das fühl ich nicht so. Nee, nee, nee. Oh, ja, hier, so ein bisschen AMG-Style. Nee, ich finde die, lackierte, die finde ich gut. Ja, das muss hier hinten sein. Motor, klack, alles rein da. Oh, nee, nee, ich will nicht verlassen, sonst kommt der Komische. Oh, Alter. Okay, das sieht schon ganz geil aus. Nee, ich will den schöner hier. Welche Farbe nehme ich denn da? Oh, ja, in Rot könnte man den auch mal. Ich glaube, in Rot sieht der ganz geil aus. Aber dann brauche ich eine andere Farbe für meinen Neon-Kit. Äh, Blau. So, dann. Lackierung, genau. So, jetzt kommen wir nicht matt. Metallic. So ein richtig krasses... Oh, ja. Torino-Rot. Da sieht der schon ganz geil aus. Oh, so schönes Cabriolet. Oh. Ah, hier ist noch ne... Nee, dann hier lieber mit Schwarz. Schwarz ist einfach geil. So, Mängel, jetzt werden wir gleich mal mit deinem Mobbing-Auto da ein kleines Rennen liefern. Weißt du, ich habe das Auto weggepackt. Warum? Ja, was Besseres. Okay, ja, da bin ich gespannt. Äh, wie teuer war das bisher alles? Oh, nicht teuer, glaube ich. Eine Million oder so. Na, mehr als eine Million. Ich schätze mal 1,5. 1,5 Millionen. Aber das ist ja für einen Milliardär wie mich, der immer gut erbt, ist das ja nix. Das kennst du weiß nicht. Ja. So, ich bin fertig, Alter. Bam! Eigentlich muss man ja sagen, Ferrari... Rot gehört nur zu einem Ferrari, aber... Also, sorry, Leute. Rekulose, ich hab... Ja, ein Motorrad. Motorrad. Ja, weil... Eigentlich müsste ich dich doch damit zerstören. Ja, aber ich würde gerne... Warte mal, ich würde gerne was testen. Nein! Was willst du? Ich zeig doch nur... Hast du mir einen Mittelfinger gezeigt? Ja. Warum machst du denn sowas? Hier, selber, du! Sag mal... Hast du die Reifen geupgradet? Natürlich, Menjel. Hast du? Ja, natürlich! Oh, hey! Aber der sieht echt sick aus. Komm, guck mal, Leute. Was denn? Da auf dem Plakat, da ist Manu. Wo? Hä? Welches Plakat? Welches Plakat? Da? Ach, da. Da bin ich. Da, guck mal, seht ihr das? Ja, da ist Manus Kopf, ja. Ja, letztes Jahr, als er in die Anstatt musste. Als er wieder Halsschmerzen hatte. Aber stattdessen haben die Leute... Genau! Jedes Jahr muss er einmal... Einmal sein. Manu, da muss... Genau, weil... Manu hat leider ein... 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 Chronisch... Eine chronische Sache. Und zwar... Ihr kennt doch die... Seine Stimme, ja. Sag mal, jetzt hör doch mal auf! Jetzt... Fahr mal das Rennen jetzt hier! Ja, blöd, ne? Guck mal deine Scheibe an! Haha! Ja, fahr ihn weg, fahr ihn weg! Ignorieren einfach! Was willst du denn, Alter? Mit so jemandem muss ich ihn nicht abgeben! Ja, ich schneller als du! Komm, da kommst du nicht hinterher! Also das ist halt einfach... Feinlich für dich, Mann! Warte mal! Nee, ich bin schneller! Bist du nicht! Bist du nicht? Bin ich! Guck, du bist sowas von langsam! Nein, ich bin so viel schneller! Wollen, guck mal! Der ist so langsam! Haller hat noch eine blaue Unterbodenbelichtung! Die ist auch schneller als du! Ja! Wow, das tut weh! Das war grad richtig krass, dieser Satz! War echt ein krasser Diss! Genau! Also das ist einfach nur... Das ist peinlich! Ich spucke auf deinen Motor! Ja, okay! Dann bleib stehen, bleib stehen! Dann hol ich jetzt den richtigen Wagen! Okay! Wenn du verliehen willst, dann machen wir das halt so! Er ist da! Ja, blöd, ne? Hast gewonnen! Ja, warte! Was hole ich denn da? Hier! Siehst du den? Ja, hier! Nimm das, Maudado! Dafür, dass du hier Schlack machst! Vor allem auch noch ein Revolver, Alter! Hier, du stinkt Bär! Ich hab grad gedrückt, erscheine dem Film Squad gegenüber als Geist! Hä? Was heißt das? Weil wir ihn ja als Grubbel so oft fertig gemacht haben! Ach so! Jetzt bin ich anscheinend im Passivmodus für euch! Ach so! Yo, da ist er! Hallo, ich bin ein Geist! Wo ist er? Ich hol euch! Nein! Maudado! Sorry Leute! Seid nicht verwirrt! Mir schreibt grad jemanden über WhatsApp! Und das hört ihr vielleicht im Video! Toll! Meiner ist jetzt kaputt! Geist da! Komm rein! Ich kann nicht rein! Ich kann nicht rein! Ich kann im Auto rumgeistern! Uuuuh! Ich war flucht! Okay! Ja, dann einmal umdrehen! Komm mit! Du wirst verlieren! Ja, toll! Du hast nen Turbo! Ja, selber schuld! Ja, okay! Dann hier einmal! Dann 3! 2! 1! Los! Tschüss! Erster! Das ist so ein unfaires Rennen, Mann! Ich hab ja gesagt, ich hörts ne richtiges Auto! Ja, aber das ist ja so ein Fantasie-Auto, Alter! Ja, genau! Wie zum Turbo! Wuuuh! Welches Auto kann denn springen? Ja, tschüss, Luther! Ja, toll! Da zündet er wieder sein... Ja, guck mal! Aber jetzt bin ich schneller, wenn ich erstmal aufmerk... Hilfe! Oh Gott! Ja! Ne, das zählt ja nicht, wenn ich hier abgelehnt werde von den Politizen! Ja, probier doch auf! Du schaffst es aber auch nicht, trotz der Turbo aufzumachen! Doch! Doch, schaff ich! Nein, schaff ich nicht! Warte noch kurz! Ja, warte! Wer als Erster schafft, über den Highway die Stadt zu verlassen! Schaffst du nicht! Soll ich mal hier meinen Wagen testen? Ja, mach! Mach! Ganz klar! Aber bringt nichts! Schau mal nach hinten! Ja, das kann ich jetzt nicht! Siehst du mich? Nein! Ich hab einen Unfall! Ach Mann! Richtig dumm! Ja toll! Du bist jetzt auf der anderen Seite! Ja, Erster wusste ich doch, dass ich schneller bin! Du bist nicht schneller! Sobald ich meine Grundgeschwindigkeit hab, hast du einen Unfall? Ne, da vorne bist du doch auch gleich klatscht! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Cheats Loser! Erster! Ja, aber nur weil ich den Unfall hatte! Ja, ich doch eben auch! Nee! Ja doch! Den hast du rein editiert! Hab ich nicht! Und das weißt du! I believe I can fly! Ja, warte, warte, warte! Ich hole einen neuen Wagen! I believe I can touch this guy! Ich hole einen neuen Wagen! Wie schön ich geflogen bin! Und gesungen! Hab dich gekuckt! Ja, Erster! Du wolltest ein neues Auto holen! Ja, mach ich! Oh Gott! Aua! War nicht mit Absicht! Also, nicht direkt! War nicht mit Absicht! Naja, ein bisschen Absicht! Echt gestört! Und Poco-Absicht! So Leute! Das war's mit der heutigen Folge! Schaut unbedingt in die Videobeschreibung! Da ist alles Wichtige verlinkt! Lasst ein Like da! Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag! Haut rein! Ciao, ciao!